Man hat so eine Karte, wo die Posten mit Kreisen symbolisiert sind. Dann hat man einen Kompass und muss die Karte danach ausrichten. Es ist eine Kombination aus Laufen und überlegen mit der Karte die Poste selber zu suchen. Ich möchte viel alleine, das ist ein Einzelsport. Ich gehe jetzt für die Austausch. Ich möchte ein bisschen studieren. Wenn es mit den meisten Leute perdu ist, sind die Stars greifbar. Es ist so gut und ich denke immer so gut, wie die auch sind.